Wer wird am Ende die Oberhand behalten? Der Bulle oder doch der Bär? Analysten von Goldman Sachs sehen ein hohes Risiko, dass die Aktienmärkte korrigieren könnten, also gut 10% verlieren könnten. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich habe jetzt die Börsenthemen der Woche für euch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Das Coronavirus ist natürlich hier an den Märkten weiter ein ganz wichtiges Thema. Und vor allen Dingen die Folgen, denn die werden auch immer sichtbarer. Apple hat nun auch gerade diese Woche eine Umsatzwarnung herausgegeben. Ja und Lufthansa hat weiterhin 13 Flieger am Boden, die nicht nach Festlandchina fliegen. Ganz wichtig, die chinesische Zentralbank hat den Leitzens diese Woche gesenkt und Regierung und Zentralbank pumpen Milliarden ins System an Finanzspritzen. Der DAX, der ist zwar weiterhin auf Rekordkurs, aber hat ein wenig nachgegeben und kocht nur noch so auf Sparflamme. Wir schauen jetzt mal auf den Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Börsen- und Tradingwissen vertiefen wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Dort gibt es alles rund um kurz-, mittel- und langfristige Handelsstrategien, Daytrading und auch Börsenpsychologie. Die Termine im März. In Berlin geht es los am 9.3., dann Stuttgart, Düsseldorf, München und danach geht es weiter nach Frankfurt und Hamburg. Für mehr Informationen schaut doch auch einfach auf trading-haus.de. Und wir machen hier weiter mit den Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Gold gilt ja als sicherer Hafen und das zeigt sich auch gerade wieder bei den ganzen Unsicherheiten, die wir durch das Coronavirus in den Märkten sehen. Ja, das Edelmetall bei Anlegern momentan wieder recht beliebt. Geht das so weiter, könnte Gold an die Jahreshochs anknüpfen und das übergeordnete Mittelfristziel abarbeiten. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen Ziele bei bis zu 1.700 Dollar, sondern wenn einige Widerstände durchbrochen werden. Unsere Aktienempfehlung ist Airbus. Bei Airbus sind die Analysten weniger optimistisch und setzen die Aktie des Flugzeugbauers auf Short. Bestellungen aus Fernost könnten ausbleiben. Auftrieb gibt es momentan wenig. Geht die Aktie unter den 200-Tages-Durchschnitt von gut 126 Euro, könnten die Tiefs vom Dezember bei gut 122 Euro erreicht werden. Beim Unterstützungsniveau von 120 Euro könnten aber wieder vermehrt Käufer in die Aktie drängen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, liked das Video, kommentiert, postet es und ich freue mich auf nächste Woche. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.